willkommen zurück zum kurs programmieren 2 wir haben uns im letzten video mit der definition von virtuellen methoden und der möglichkeit sie in subklassen zu überschreiben beschäftigt und in diesem video schauen wir jetzt mal wie wir diese sachen einsetzen können wenn wir eben die virtuelle methode aufrufen dazu baue ich mir ein objekt 1 das mit a instanziert wird hier ein objekt 2 das ich über b instanziere und jeweils auch über die typen anspreche so und dann rufe ich mal erhöhe zähler auf bei beiden sachen und gebe dann den jeweiligen zähler stand eben auf der konsole aus und objekt zwei und wir schauen jetzt einfach mal durch dieses beispiel durch da wir instanzieren im a und hier b und logischerweise kommen wir bei der instanz von a natürlich in diese virtuelle methode der basis klasse und implementieren den zähler um eins und hier kommen wir eben in die implementierung der klasse b und erhöhen um drei also auch genau das was wir hier über warten erwartet hätten je nachdem wie man die das objekt eben definiert einmal hier in die überschriebene methode einmal hier in die virtuelle methode der basis klasse sondern das aus und dann sollte logischerweise hier eins und drei auf der konsole stehen man sieht ist das der fall jetzt wird es allerdings interessant jetzt nutzen wir zusätzlich noch die ist eine beziehung das heißt instanzieren ein objekt von b und die adresse von b wird dann aber implizit in a umgewandelt jetzt ist es natürlich interessant wenn ich jetzt erhöht zähler aufrufe wird dann die implementierung von der basis klasse also diese hier aufgerufen was man könnte man ja eigentlich annehmen dass das passiert weil wir haben ja gesagt es steht letztendlich bloß die api zur verfügung die eben die referenz her gibt oder ob wir eventuell doch hier unten landen und wir schauen uns das ganze noch mal an wo die reise hingeht so wir instanzieren jetzt hier unser objekt 3 und jetzt springe ich einfach mal mit f 11 in diese funktion rein weil die spannung schon so groß ist wo wir letztendlich landen werden und wir sehen wir landen in der funktion von b und das ist dann doch eher nicht so intuitiv zu begreifen zumindest habe ich da gestutzt als ich das zum ersten mal präsentiert bekommen habe aber das was wir hier sehen übrigens in allen drei fällen ist die sogenannte dynamische bindung und dynamische bindung tritt bei jeder virtuellen methode in in c sharp auf was heißt das hier ist es offensichtlich klar also beziehungsweise hier hat sich der methodenaufruf jeweils so verhalten wie man sich das erklären könnte aber hier überhaupt nicht wieso landen wir in der implementierung von b wenn wir das objekt über die ist eine beziehung als typ a ansprechen was passiert bei der dynamischen bindung immer wenn eine funktion aufgerufen wird das genau hier also bevor wir in dieser funktion landen wenn es eine virtuelle funktion ist kommt eben die dynamische bindung was dann gemacht wird ist dieses objekt was wir hier sehen wird erstmal analysiert was hast du denn eigentlich für einen tatsächlichen typen hinter dir stecken und dann sieht man eben schon dass es nicht tatsächlich a ist so wie wir es ansprechen sondern eben b so wie wir es instanziert haben und jeder typ hat eine sogenannte v table das ist eben die definition der die 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 für die für die virtuellen funktionen und innerhalb dieser v table steht drin welche überschreibung letztendlich aufgerufen werden soll von der virtuellen methode das heißt wenn wir hier jetzt tatsächlich diesen aufruf machen steht in der v table dass wir in dieser implementierung landen sollen warum? weil b die virtuelle methode der basisklasse überschrieben hat erweitern wir unser beispiel noch in etwas wir lassen jetzt c von b ableiten instanzieren hier einfach ein und rufen jetzt hier erhöhe zähler auf jetzt steht jetzt hat c selber nicht diese methode überschrieben wir sehen die definition oder der klassenscope von c ist leer aber da wir von b ableiten landen wir trotzdem in dieser überladung hier äh entschuldigung nicht in dieser überschriebenen methode natürlich das heißt wenn wir bis zu dieser zeile kommen landen wir trotzdem in der implementierung von b wie wir hier sehen und wenn wir hier dann durchgehen sieht man eben dass die v table so angelegt ist dass wenn wir uns die klassenhierarchie anschauen ähm wir kommen entschuldigung das war blödsinn was ich hier gemacht habe also ich habe jetzt wahrscheinlich aus Versehen sämtliche klassen hier gelöscht okay deswegen so zurück diese klasse brauchen wir nicht wenn wir über a über die referenz der klasse a auf ein objekt von c zugreifen wird eben festgestellt aha dieses objekt ist eigentlich vom typ c dann macht man eben den look up in die v table von c und da steht drin dass b diese methode die aufgerufen werden soll überschrieben hat und deswegen landet man letztendlich auch wenn man sich vorstellt dass hier noch mehrere klassen involviert sind äh in der äh überschreibung die eben am nächsten an dieser klasse c dran ist eben hier in dieser methode ja das ist eben die sogenannte dynamische bindung ist heißt letztendlich wird dieses dieser look up wird er zur laufzeit durchgeführt und das hat natürlich auch etwas auswirkungen auf die performance wenn man normal programmiert und nicht direkt darauf bedacht ist auf performance was man übrigens nicht sein sollte man sollte erst performance versuchen zu fixen wenn man wirklich in bredouille kommt oder eben entsprechend für high computing systems programmiert dann natürlich auch aber als jemand der einfach nach funktionalität des alltags in software umsetzt muss man sich standardmäßig erst mal nicht mit performance beschäftigen anyway diese dynamische bindung hat natürlich ein etwas ein kostenfaktor das heißt wenn sie eine funktion mehrere tausend bis zehntausend hunderttausend mal pro sekunde aufrufen wollen dann kann eben diese dynamische bindung die standardmäßig eingesetzt wird sobald eine methode virtuell ist eben die performance die sie eigentlich bräuchten in die knie zwingen das muss man im hinterkopf haben dynamische bindung ist nicht kostenlos deswegen würde ich ihnen auch nicht empfehlen dass sie einfach um der möglichen erweiterung hin jede methode wird schon machen damit eventuell andere klassen die irgendwann mal von dieser ableiten eben die sachen überschreiben können sofern sie auf die funktionalität zugreifen wollen das machen sie bitte nicht wenn keine wirkliche kein möglicher sinnvoller zweck dahinter steckt sollten sie methoden nicht virtuell belassen also ohne dieses keyword schreiben ja aber im prinzip wir haben gesehen wie es geht und diese virtuellen methoden sind jetzt schon ein erster schritt zur polymorphie letztendlich weil wie im letzten video schon gesagt man eben die funktionalität einer anderen klasse von der man ableitet außer kraft setzen kann und durch eine eigene ersetzt ja vielen dank fürs zuschauen in diesem video im nächsten video werden wir uns ebenfalls nochmal mit virtuellen methoden beschäftigen aber da explizit wie man die funktionalität einer klasse durch virtuelle methoden erweitern kann vielen dank fürs zuschauen und bis bald und bis bald und bis bald so jetzt bis bald hier